... dieses Strandding ist... Oh, FAD! ...FAD WORLD oder sowas... Okay, kennt ihr alle nicht! Nööö! Witznis? Ja, wir wissen ja... ...A Sand in the City. Ach, Sand in the City! Nöööö! Ja, ihr müsst auch lauter reden, ich verstehe das, oder? Und wir haben uns von diesem Sand in the Sydney haben wir uns inspirieren lassen und ein bisschen karibisches Flair auf die Bühne geholt. Können wir mal das karibische Flair jetzt bitte auf die Bühne einfangen lassen? Käpt'n Farsi hat das gerade zu sehen. So, wenn ihr jetzt vielleicht noch die Securities ein bisschen mehr imitieren könnt, könnt ihr vielleicht mal dieses blaue Meertuch, was wir haben. Das war ein halber Wasserraum. Es ist immer so geil, wenn man die tätowiert und das vierste wird, die müssen sie mit Seidenstoff einreden. Nur deshalb machen wir das. Heißt du, wir hören uns nicht richtig? Vielleicht kann Saki zwischenzeitlich nochmal Drinks mixen. auch die Bühne späge ebenso. Oh, oh! Oh, f**K. Na, na. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020